Prozent und an der Karte Christoph, ist hier schon völlig die Dracula-Stimmung? Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Fernsehzuschauer zu Hause. Wir sind jetzt gerade in unserer, ich nenne es mal, Herberge aufgebrochen. Wir werden uns jetzt hier in Barschow-Grundstadt noch ein kleines Frühstück suchen. Und dann werden wir uns mit unserem Lieblings-Holstein von der Deutschen Melle treffen und dann anschließend auf das vermeintliche Dracula-Schloss in Mechnhoff oder sowas zu fahren. Ja, unser Scout hat ja erst heute am späten Nacht für uns Zeit, deswegen wissen wir noch nicht, ob das mit dem Kutsche-Fahren klappt. Aber wie gesagt, Joker-Aufgabe heute Dracula-Schloss.